Jo Leute, was geht? Mein Name ist Krimbo bzw. Joe Rogan. Heute bin ich hier mit Bob G. und Dota 2-Carrie Tapsen. Ja, wir wollen heute den Jahresrückblick 2023 mit euch machen. Und ja, wie geht's dir denn, der sexuellen Ntb? Mir geht's sehr gut, danke. Wie geht's Ihnen? Mir geht's auch gut. Ich kann mich beklagen und Ihnen? Danke ebenfalls, sehr gut. Das ist auch sehr gut zu hören, Alter. Das Jahr 2023. Dieses Jahr. Ich glaube, viele Ölen und Tiefen, würde ich sagen. Angefangen damit, dass wir uns am Anfang des Jahres nicht zum Major qualifiziert haben, würde ich sagen, auf jeden Fall, wo wir noch mit Matze und Josef gespielt haben. Und aber dann auch, wenn du dazu was hast, sag ich mal, weil es war ja schon, nicht zum Major zu erfahren, war ja schon ein bisschen härter als jetzt irgendwas anderes. Ja, klar. Also wenn man es auf den Major nicht schafft, ist es natürlich immer, besonders das letzte CSGO-Major. Und du siehst halt auch, irgendwie musst du dann zugucken und alles drum dran. Das ist auf jeden Fall immer nicht so spaßig. Ich denke, es war auch so Anfang des Jahres insgesamt, wo ich mich zum Beispiel jetzt dran erinnere, sogar vor dem Major noch, war einfach eine chaotische Zeit. Da hat der eine mal gefehlt, dann stand in here, dann wollte Rische nicht mehr spielen. Da mussten wir halt immer eine Lösung finden. Ich denke, dafür haben wir uns eigentlich ganz okay geschlagen für diese Situation. Ich denke, Matze musste auch voll, also Hype musste auch ins kalte Wasser geworfen werden, musste uns aushelfen. Dann haben wir uns für, ich glaube, Rio qualifiziert. Das müsste so circa gegen Februar gewesen sein, kurz nach Katowice. Ja, genau. Das war gegen Anson, glaube ich, ja. Ja, und irgendwie war dann, also das war eigentlich ganz cool, dass wir so wenigstens versucht haben, noch das Beste draus zu machen. Ja, safe. War dann danach Pro League oder war dann schon das Major? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das halt immer so, wir waren immer ein Spiel davon entfernt, in die Playoffs zu kommen oder in dem Fall uns auf die Majors zu qualifizieren. Ja. Und es war immer ein bisschen ärgerlich halt, aber ja. Ja. Ne, aber auch, was du gesagt hast, also vielleicht kannst du ja dazu mal sagen, weil die Vater sich schon gesagt hat, Anfang des Jahres, wir haben Blas gespielt, haben es nicht in die Vollfeindes geschafft, dann haben wir Katowice playen, sind wir gut durchgekommen, haben dann gegen Spirit verloren und dann, dann ist, haben wir uns, sag ich mal, haben sich die Wege zwischen Risch und Big mäßig getrennt. Ja. So, ich meine, du hast ja lange, lange, lange Jahre Risch das Teamcaptain, so. Also, das war ja auch, sag ich mal, auch ein bisschen klötziger. Also, was ich dazu sagen kann, ist, wir waren sehr turbulente Monate, waren, wie du schon sagst, wir waren mit hohen und tiefen verbunden, waren auch interessante Monate, weil, wie du schon sagtest, auch mit Stand-In-Erfahrung und so, wir waren eigentlich gut vorbereitet so oft und kamen dann in einer Situation, die uns nicht so passend war, haben das Beste daraus gemacht, aber so groß und ganzen waren wir uns eigentlich immer so für dieses Turnier fast qualifiziert, waren so mit dem, ich sag mal, mit dem kleinen Fosu drin und dann wieder doch nicht drin, waren schon ein paar echt interessante Monate. Ja, bin ich safe. Und dann, dann ging es ja auch weiter mit, wir haben uns ja für Rio qualifiziert dann, über den Open Qualifier. Das ist jetzt im Februar, ne? Ja, das ist Februar. Also, beziehungsweise, sagen wir es mal so, wir haben, also nach, Martin Major war eigentlich direkt Rio, also nicht der Qualifier, der Qualifier war am Anfang des Jahres, wo Matze gekommen ist. Ja, genau, dann waren wir noch pro League in Malta, wo wir gegen, war das dieses Movie, wir haben gegen Helloig fast gewonnen, ja. Wo ihr beide absolut Leichen wart. Ja, ja, stimmt, das Spiel. Johannes war, du warst durch ein Krankenhaus, ne? Ja, Mann. Und ich hab gar nicht abgegeben, wo es gar nicht was abging. Jetzt hat er auf einmal ein neues Zimmer. Auf einmal, glaub ich, in seinem Zimmer ist keiner da. Dann sagt Tim, ich hab ein neues Zimmer, also ich hab gar nichts gecheckt. Auf einmal sagt er, du bist nicht da, du bist im Krankenhaus, das so, dir ging es nicht gut, die ganze letzte Nacht und so. Und auf einmal war Gopp auch irgendwie gone. Äh, dann haben wir aber, dann haben wir gegen Furia gespielt. Das war an dem Tag, wo das so alles mäßig war. Ich glaub, wir haben verloren. Dann haben wir nächsten Tag wieder gegen Complexity gespielt. Das haben wir wieder gewonnen. Wir haben so zweimal gegen die gespielt in Europa und dann haben wir gegen Movie Star Wars verloren. Mhm. Das ist auch so, keine Ahnung, Alter. Naja. Ja, das waren halt immer so Spiele, wenn wir das gewinnen, sind wir halt einen Step weiter, Playoffs hier, Playoffs da oder immer dieses eine Spiel und das war halt immer in der Phase halt auf jeden Fall ärgerlich und dann immer so vielleicht der eine krank, Stand-In. Ich mein, auch 2022 war es ja auch so, wir haben so viel mit Stand-In gespielt, jetzt haben wir mal jetzt zum ersten Mal sechs Monate lang das gleiche Line-Up, ohne eine Stand-In-Situation. Das hatten wir noch gar nicht, seitdem ich coache, glaub ich. Ja, safe. Und das ist halt natürlich, macht es halt viel mehr Bock, wenn man sich nicht immer adaptieren muss, so. Ja, klar. Wir haben es gut gemacht, denke ich, okay, here we go again-mäßig, dieses Meme. Ja. Aber natürlich irgendwann nervt es halt jemanden, so ey, scheiße, wir können jetzt wieder nicht einen Monat trainieren oder zwei Wochen, der ist krank oder der hat das zu tun. Ja, safe. Dann war das Major. Ich meine, wir haben ja gegen Vitality das erste Mal gewonnen im 2-1-Spiel. Am Anfang haben wir im ersten Spiel gegen iNation gewonnen, zweites Spiel haben wir gegen, was ist das noch? Was ist das noch? Nee, nicht Vitality. Nee. Vitality war ein entscheidungsgeber? Ein 2-1-Spiel war Vitality. 1-0 war iNation. Was war danach? 500? Doch, nee. 500? So einen Dick hatten wir, das war ja gut. Doch, man. Anubis win, iNation. 500 win, iNation. 500 win, Anubis. An irgendein Spiel verloren anscheinend. Und dann hatten wir Nip und dann hatten wir am Ende jemanden, weil ich nicht mehr. Ey, warte, man. Nein, Vitality war... 2-1-Spiel. War das nicht 2022? Nein, das war Legends an Werken. Wo ist das? Ich guck jetzt einfach nach, Alter. Ja, guck mal nach. Auf jeden Fall war das erste Spiel gegen iNation, das weiß ich. Dann war 500. Dann war 500, das nehmen wir an. Nein, 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 nein. Das ist nicht 500. Hey, 1-1-Spiel war 500. Ah, nein. 1-1-Spiel war 500. Ja, 1-0 war nein. 1-0 war nein, 1-1 war 500. Und das war das gestrohteste Spiel auf Mirage. Ja, das war so Overtype. Alter, dieses Spiel war das? Ja, okay. Dann waren wir 1-1, dann 500, 2-1. Dann Vitality und dann 2-2 Nip. War Vitality dann? Ja. Dann haben wir erste Map gewonnen, Mirage. Dann wurden wir auf Nuke und Overpass. Der hat wohl Main-Split gespielt hat, Apex. Auf das Glück. Ja. Letztes Spiel bei Nip. Ja, 2-2. Dann kam Last Chance. Gegen Falcons gewonnen. Dann Cloud9 verloren. 2-mal 16-14 oder 16-13 oder 1-mal 16-13. Und dann wäre eigentlich Faced um Qualifikation. Ah ja. Ja, genau. Das war so Major danach. Was für Monat war das jetzt gerade? Das war jetzt April. Danach sind wir nach Rio geflogen. Direkt am gleichen. Oder am nächsten Tag direkt. Ja, Mann. Oder vielleicht so am gleichen noch. Keine Ahnung. Nee, nicht am gleichen noch. Nee, nicht am gleichen. Am nächsten Morgen direkt nach Rio geflogen. Auch Tilt. Alter, du qualifizierst nicht fürs Major. Ja. Du musst erst mal 18 Stunden reisen, Alter. Ohne Internet. Da hast du auch dick keinen Bock mehr. Aber da haben wir eigentlich nicht ganz gut gespielt, ne? Ja, Rio haben wir dann gegen... Wir haben erst gegen Maus gewonnen. Ja. Auf Overpass. Und dann gegen Heroic. Ich weiß nicht, aber die wollten Overpass spielen. Ja. Nee. Das war so ein bisschen so... Don't give a fuck mentality hatte jeder, glaube ich so. Also... Also... Auf jeden Fall. Also es ist immer so, wenn man nichts zu verlieren hat, ist es natürlich besser. Ja. Aber wir hatten auch schon so... Ich hatte schon Bock, wirklich ein gutes Turnier zu spielen. Rio ist auch cool, macht auch Bock. Und ich erinnere mich noch, wir haben einfach gegen... Das war Masterclass T-Seite auf Overpass T gegen Heroic dann. Mhm. Wir haben, glaube ich, 13 oder 12 T-Runden geholt. Und in einer Phase, wo die eigentlich sehr stark waren. Die sind ja auch ins Finale, glaube ich, dann gekommen. Mhm. Ja, gegen Vitality. Wo wir dann... Da hat Vitality ihren Run gestartet, sozusagen. Ja. Da sind die aufgewacht. Das war deren Turniersiegreihe. Und die haben uns dann auch... Weil wir sind ja dann... Das waren wir... Gegen wen haben wir nochmal gespielt, damit wir... Ob wir im Halbfinale direkt sind? Navi. Navi, ja. Navi. Das war Navi, ne? Ja. Erste Map 16-14 verloren oder so. Ja. Auch knapp. Schlechte Map. Ja. Das war krass. Ja. Ja. Und dann haben wir das gespielt. Dann haben wir... Dann im... Ähm... Im Stadion haben wir gegen Vitality gespielt. Mhm. Und da haben wir 16-12, 16-12 verloren. Ja. Und so. Jedes Spiel war aber in einer Phase einmal... Wo es hätte in eine andere Richtung gehen können. Und die haben tatsächlich dann das Turnier gewonnen. Mhm. Und dann haben die angefangen. Glaub ich, danach haben die noch ein Turnier gewonnen. Kurz vor dem Major. Dann das Major, genau. Genau. Und dann... Vor dem Major haben die noch ein Turnier gewonnen. Ja. Ja. Nach dem Ding haben die noch ein Major... Äh... Äh... Blast oder so? Vollfinals oder so. Also Spring Finals. Ja. Ach ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hatten wir einen guten Run. Boah, das ist schon so lange her. Aber war das jetzt das Jahr dann? Also sozusagen dieses halbe Jahr dann schon? Das war unser letztes Turnier? Ja fast. Also das war das Turnier. Dann hatten wir dieses Brazy Party. Das war so ein Online-Event. Mit... Wo dann David gestandet hat für... Boah, da bin ich absolut lost. Ich weiß, dass David Standing gemacht hat, aber... Ich hab keine Ahnung mehr für wen. Wir haben das... Da haben wir gegen O Nation verloren. Oder gegen Payne. Ich hab keine Ahnung. Boah, das ist... Wir haben sehr viel Online... Big Online is back auf jeden Fall. Wir haben so viel Online gespielt, Alter, dieses Jahr. Ja. Ich hab keine Ahnung, welches Turnier, Alter. Ja ne, und dann... Das ist jetzt das halbe Jahr, so die Zusammen... Zusammenfassung. Absolut Trash. Weil wir einfach kein stabiles Team hatten. Ja, also es war ja dann Minus... Also Rischel raus. Ja. Matze rein. Und Josef und Nitzel sind dann auch nicht mehr bei uns gewesen. Ja, da haben wir jetzt gewechselt und das jetzt nicht gewechselt. Genau, und dann kam Eli da und dann Mati. Ja. Also dazu kann man auf jeden Fall noch sagen, dass zum Beispiel... Es hat ein bisschen blöd für Matze war mäßig, dass... Weil... Dass er so mich ins kalte Wasser geworfen war und zu einer Zeit, wo... jeder aus dem Team jetzt gerade nicht so einfach top performt hat. Plus wir haben jeder... Wir hatten immer hier dann noch einen neuen Stand-In und wir hatten dann hier... Und das halt für so einen Jungspieler ist halt... Ja und ich finde auch... Schon heavy. Es ist halt... Big-Turnier auf Big-Turnier auf Big-Turnier. Es ist nicht so geil. Es wäre so... Step-by-Step. Vielleicht nur mal Fall-Finals, dann mal Pro-League. Ja, ist halt... Und dann... Bam! Jetzt das Major. Ich denke, damit kommen nicht so viele Spieler klar, sondern die Steigerer macht das halt eher. Oder du musst halt dann halt mehrere Monate warten. Und ich denke, man hat dann halt auch gemerkt so... Ey, Matze wird es auf jeden Fall nochmal gut tun, zum Academy-Team zu gehen. So, dann weiß er, was auf ihn zukommt. Und wir hatten halt die Idee, sozusagen eine erfahrene AWP zu holen, die aber sehr gut in unser Team reinpasst. Und dann haben wir halt Dustin sehr vertraut, weil er auch oft mit Matti gearbeitet hat in der Vergangenheit. Und ja, auf jeden Fall hat er sich bewahrheitet, dass er so voll der gute Mate ist. Und es ist voll leicht mit ihm zu arbeiten, macht voll Spaß. Und für mich persönlich war so die Umstellung auf Englisch so, das juckt gar nicht. Für mich hat es auch nicht gejuckt, Alter. Also vor allem, wenn man so... Ich bin so facet oder so, eh in die ganze Welt. Blablabla. Ich meine, du redest oft noch denklisch oder oft auch einfach Deutsch. Türkisch manchmal, egal. Aber das ist schon... Nee, safe. Ja, dann kam Eli und David auch. Für Nils und Josef. Ja. Was war auch zu einer guten Zeit. Weißt du so, das halbe Jahr startet von vorne, du baust langsam auf, wie du meintest. Neues Season, ja. Es ist leichter, denke ich, nach der Sommerpause zu wechseln, als am Ende des Jahres. War das wegen den Turnier Reihenfolge meistens. Ja, safe. Weil jetzt zum Beispiel nächstes Jahr wäre jetzt zum Beispiel direkt Open Qualifier. Bam. Kalte Wasser. Du musst direkt performen. Du kannst dich nicht steigern. Du musst direkt oben sein. Und im Sommer fühlt es sich an, als ob man sich ein bisschen mehr steigern kann. Mhm. So. Die Phasen, wo man online spielt hat, kann man sich viel mehr steigern, als wenn du von Land zu Land fährst. Ja, genau. Das ist viel schwieriger. Online spielt einfach dazwischen. Ja, safe. Ich weiß auch nicht, wie das andere Teams machen wollen jetzt. Falcons oder so zum Beispiel. Bei uns ist es ja auch so. Wir haben so auf Meta-Weise einfach gar nicht traveln und dann auf einmal nur traveln. Ja. Und wenn wir nur traveln, in between haben wir ja gar keine Online-Games, wo wir uns eigentlich so im Proben können. Ja. Aber das ist nur Trainingsbasierend. Ja, da ist es so ein bisschen, wir müssen dich mal darauf einstellen. Safe. Safe, safe. Ja ne, dann... Du fliegt, ne? Dann kam Blast. Also Blast, genau. Und dann Blast war das erste. War okay, Turnier. War okay, Turnier. Wir haben sind... gegen Heroic verloren, ne? Ne, das war Heroic war Anfang des Jahres. Also, ich glaube, da haben wir keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir gegen Vitality rausgeflogen im letzten Spiel. Wir haben am Anfang ich weiß gar nicht mehr genau Wir haben auf jeden Fall OG besiegt Achso, nee, das war das. Wir haben OG besiegt, wir haben Astralis besiegt Wir haben Astralis besiegt Irgendein Team in dieser Gruppe war halt einfach zu gut in der Phase, ich weiß nicht was, Navi oder so oder Vitality, also irgendein Team, die halt Top 3 waren in der Zeit, gegen die haben wir dann verloren. Dann haben wir gegen Astralis, was ein guter Sieg war, gegen OG war ein guter Sieg für uns. Ja, und ich glaube, Heroic Navi und Vitality, die haben wir verloren Ja, und dann haben wir, also da haben wir nur gegen so zwei Teams Ja, Topteams verloren, es war okay für uns, erstes Turnier, aber ich weiß noch, dass wir Individualist individuell nicht ganz zufrieden waren, ich denke Teamleistung war okay zum Beispiel David war nicht zufrieden mit seiner Leistung und ja, für das erste Turnier fand ich es okay und wie gesagt, da konnte man sich dann hin von da aus steigern, denke ich und was war denn danach? War danach Pro League? Und dann kam Cologne Achso, ja Also, aber das war auch Das war eine kurze Situation auch Also jetzt nicht von wenn ihr das hutscht, sondern so mäßig von Den Punkten her, wir mussten so spielen Aber ein geiles Turnier auch, hat den Bock gemacht mit Def zu spielen Ja, das war safe Also mit Sensei Ja, safe Das war meine Hand absolut ausreichend an der Gebäude Klär, weil Tutamon ist ein bisschen weh Naja, war auf jeden Fall ein cooles Turnier Da hab ich auch mit Roman geguckt Er war wohl das Beste draus gemacht Wir haben ja mit Togo zwei Eintaus, glaube ich Ja, Togo wäre durch Eigentlich hätte es auch ein bisschen anders ablaufen können Wirklich ein bisschen mehr Glück Ja Aber es ist schwer Aber Liquid haben wir eine Map, glaube ich, gewonnen Oder haben wir das Spiel gewonnen? Ne, Mann, wir haben gar kein Spiel gewonnen Wir haben zwei Eintaus verloren In meinem Kopf habe ich ein Spiel gewonnen, egal Das war sehr close, Alter Ich weiß noch, es war Overtime auch wieder auf Mirage Wo wir dann verloren haben, glaube ich Dann den Auerbass machen oder so Ja, genau Welche Map haben wir gewonnen? Overtime Overtime Weiß nicht mehr genau, Alter Also es waren noch alles CSG Games CSGO, ne? Ja Wer Team war? Keine Ahnung, Alter Und das war noch CSGO Jetzt kommen noch ein paar Also jetzt kamen Dann war so mäßig Gleich mal die ersten Events vorbei mit so einem neuen Team Dann kam so ein bisschen Online-Run Wir haben CCT gewonnen gegen Monte So, das war nicht dieses Groß-CCT Das war dieses kleine-mäßig Boah, Alter Absolut weg Ne, Mann Das ist absolut in meinem Kopf drin, Alter Ich hab diesen enormen Alter Ich weiß noch Es war schon ein geiles Spiel Das war auf jeden Fall besser Ende CSGO Ich denke, unsere Inhalts waren sehr gut Unsere Spielziel war sehr gut Ich denke, wir haben uns sehr confident gefühlt Und ja, wenn wir in der richtigen Phase wahrscheinlich in der Stärke gewesen wären Hätten wir da hier oder da auf jeden Fall noch mehr Rambazamba gemacht, denke ich Wir waren schon in der Zeit sehr competitive, sehr ready Ja Alle waren auf der gleichen Seite Handling war super Hat Bock, brachte wieder zu spielen Ne, safe Wann kommt der endlich Pro League, Mann? Jetzt kommt Pro League Endlich, das war doch sozusagen das letzte nennenswerte Turnier, glaube ich, ne? Haben wir auch Playoffs geschafft? Also Lahn, ja Was gab's dann danach noch, Alter? Da kommt halt online Und danach haben wir keinen Lahn mehr Lahn nicht Ja Lahn hatten wir keine mehr danach Aber Pro League, Playoffs geschafft Ja EPL, 18 Malzer, Playoffs geschafft Gegen Roig 2-0 und Monte 2-1 Also erst haben wir gegen den gespielt, gegen Monte Ja Dann direkt alles oder nichts Ja Also alles oder lower bracket Und gegen Roig Haben wir ja Roig im Pro League besiegt? Ja 2-0 Und danach haben die sich disbanded, Alter Ja Wir sind dafür bekannt, die Leute zu disbanden Ne, und dann gab's ja diese Diskussion während Pro League Ob man CS2 oder CSGO spielt auch Ja, Mann Aber ich glaube Haben wir noch im Media Day auch CS2 gespielt, ne? Ja Ja, safe A-Maps A-Maps, ja Ja, safe Aber ich glaube, wir alle wollten sich so schnell, ne? Ja, klar Ja, safe Wir waren grad sehr Ich find's auch voll dumm, so Mit Tournament unterwegs Ja, so Man ist freilich mal Versuchskaninchen gefühlt Und einfach das Turnier so werden, wie man's angefangen hat Und dann nächstes Turnier Hatte ich was für Bugs gehabt noch, als das Spiel rauskam? So ein Geist krank, Alter Du konntest dich irgendwo hin teleportieren oder so, Alter Das war So ein Geist krank Und dann ging Eternal Fireplay aus raus Das war ein geiles Spiel Das war ein geiles Spiel Wir haben Turn 5 verloren gegen Can und Kalyx Das weiß ich noch Auf Vertigo Und das hatten Am B Der Typ hatte 1 AP Er macht irgendwie noch 3 Kills oder so Die waren halt auch in der Phase, ähm Zweiterten hoch, würde ich sagen Ja, sehr Da sind die halt gefährlich War ein Spiel, was wir hätten auf jeden Fall in der Map gewinnen können Und dann Ich glaub, eine dritte Map wäre gut gewesen für uns Ich weiß nicht mehr genau Äh, Anubis hat sie auch eigentlich Hatten die Anubis gepickt? Mh, wir Wir hatten Anubis gepickt, ne? So überraschend, ne? Ja, die haben Versio gepickt Das war so der Ja, genau War auch eigentlich gut Hätten wir gehen können War okay zu verlieren War ein gutes Turnier Playoffs geschafft Hätten noch weiterkommen können Ein bisschen mehr Erfahrung Ich mein, die waren ja auch Die waren ja auch letzte Gruppe Die war ja immer noch in Malta Ja, das ist das halt Und wir waren ja 2 Wochen weg Ja Das ist halt auch ein bisschen Ich weiß nicht, ich mag es lieber so Wie bei denen zu haben Länger zu bleiben direkt, ne? Ja, safe Im Turniermodus Safe, safe Das war damals im Major auch immer Vorteil, fand ich Ja, das ist ja wie los in MR-Kamps Ja Und die dann geblieben sind Dann kamen so die Legends Die so, ja, mit so Anzug und so coolen Huts Und dann wir sind so voll dreckig Schon im Kampfmodus zerrissenes T-Shirt Und dann haben die keine Chance mehr Ja, safe Dann gibt's noch Blast Irgendwas, letztes Spiel Dings Showdown gibt's noch Ja, genau Ich glaub das steht nicht hier Das kam dann so Auch im Oktober Also nach Playout Also nach EPL Das war noch C Erstes Spiel bist du noch gegen wen? Gegen Nein Ja Absolut Outplayed Absolut Jedes Mal bei 4 Sekunden geplantet Ja, auf Ancient, ne? Ja, auf Ancient Das war so krass Ja Das war Perfektion Da waren wir absolut ready Da hatten wir alle unsere Protokolle Das war ich noch Das war sehr gefährlich Und letztes Spiel Cloud9 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 14, 16, 14, 16 Irgendwie sowas Die kann man nicht gewinnen Die Story ist immer gleich, Alter Ja Und Ne Dann gab's wieder einen schönen CCT Win gegen Spirit Aber das war C2 Das war C2 Das war C2 Ja, aber warte Wir müssen erstmal die Transition Wie war's denn so von Cs Go auf C2 zu wechseln In diesem Jahr hat das ja ein großer Faktor gewesen Das ist ein sehr guter Punkt, Herr Bob G, Alter Das ist äh Joe Bay, Alter Ne Ne Na Für mich persönlich Hat so gar keinen Also es war halt cool, so neue Sachen Es hat sich jetzt nicht so viel verändert Aber man gamed halt sowieso Also wenn ich mittlerweile CSGO angucke Es ist halt nicht so ein großer Unterschied Ja Immer noch Ja Also ich fand den Change schon geil Endlich mal so Ich finde auch die Leute Viele Leute, die jetzt in CSGO 18.000 Stunden haben Die sind nicht so gut in CSGO Ja, safe Vor allem so Ich fand so die Diese Top-Teams so Ja Dass sie halt vor allem mehr Grinden müssen als Die anderen wieder Sondern nicht ihren Sag ich mal Go-Skill haben Sondern So mäßig Auch die Hours ein Müssen wieder arbeiten, ja Safe Um halt wieder so An dieses Niveau zu kommen Und ich finde auch zum Beispiel Also ich hätte mehr Also ich hatte auf jeden Fall erwartet Dass viel dort passieren wird So in der oberen Reihe Auch wegen Wechseln vielleicht Das eine Team wechselt Dann ist schon ein Domino-Effekt Aber auch gleichzeitig Der eine Spieler fällt ab Weil Motivation nicht mehr Ach, Scheißspiel Diese Mentalität Ach, Scheißspiel, Scheißspiel Und da fällt man halt schnell weg Und da kommen die ganzen 16-Jährigen Die es als Motivation nehmen Ja, Alter Genau Und dann taken die over Sowas ist halt auch immer in der Vergangenheit halt Ja Ich fand das nur so Meine Expectation zu CS2 Ich fand es schon schade Dass CSGO weg war Weil das Spiel war am Ende wirklich sehr, sehr geil Es hat so Bock gemacht Es war gut rein Ja Aber dann nach ein paar Games CS2 Hat sich angefühlt War gut Es war jetzt nicht perfekt Aber man merkt, dass es immer besser wird Aber es war geil Einfach neue Maps Irgendwie man muss wieder auf den Server gehen Neue Sachen rausfinden Und man merkt auf jeden Fall Wie du gesagt hast Die Top-Teams Die müssen diese kleinen Feinde Die Details müssen die nochmal erarbeiten Die paar Smogs Die den Go geworfen haben Sind nicht mehr so wie ein CS2 Man muss sie jetzt nochmal erarbeiten Ja Aber ich denke da haben halt die Teams Die richtig viel Oder überdenken halt auch Genau überdenken Vorher mal auch mit neuen ED-Inkommen Das ist nicht mehr so gut Ja, stimmt Oder das ist nicht mehr so gut Und das ist halt geil Da sind wir denke ich auch sehr gut Dass wir so Wir sind dann am 3 Uhr nachts auf dem Server Ja Schalten die Sachen so ab Und werfen uns die Sachen beim Essen zu Ey, diese Smog Die ist eigentlich nicht mehr so gut Ja, stimmt Und so weiter Oder diese Combo Deswegen im Grunde ist eigentlich CS2 gut Ja, auf jeden Fall Das ist eine gute Zeit auch Ja Dann kam das CCT-Turnier Gegen wir dann wieder Dann haben wir das gespielt Wir haben voll viele gute Teams Ne, das war so Das war so ein kleines Turnier Ja, aber das Das war so Das war so ein Mini-CCT Ja, aber das waren richtig gute Teams Das waren richtig gute Teams glaube ich dabei Ich glaube wir haben wieder Monzen besiegt In dem CCT Ne, wir haben doch nicht Haben wir Monzen C2 mit? Ach doch Bro, der hatte doch Der war aber Den hast du in die Schule geschickt Ja War das nicht dieses Spiel? Ne, das war das Was wir schon gewonnen haben Das war CSGO Ich weiß nicht Auf jeden Fall haben wir Ich weiß noch, dass wir gegen Spirit im Finale gespielt haben Ja, das weiß ich auch noch Aber sonst 2-0 Das war ein geiles Spiel 2-0 war das, oder? Ja, 2-0 Ja doch Es war Vertigo und Arubes, oder? Kann sehr gut sein, ja Boah, weiß ich nicht mehr Vertigo oder Arubes kann sein, ja Wenn wir dann gesehen haben Wir sind in den CCT Dann kamen so 2 Online Größere Online Turniere Rubert und Thunderpick Da sind wir beide in die Playoffs gekommen, ne? Mhm Boah, keine Ahnung Echt? Ja, bei Rubert sind wir in die Playoffs Aber irgendwie haben die sich nicht wie ein Erfolg angefühlt Bei Thunderpick? Nicht wie ein Erfolg, aber auch nicht wie ein Misserfolg Ja, genau Also ich glaube wir sind beide im Viertelfinale raus Ja Gegen wen? Ich glaube auf Thunderpick haben wir gegen Aber ist ja egal Auf jeden Fall kann man sagen Nach diesen beiden Turnieren Ich glaube da kam Umschwung Ja Weil das war dann Dann hatten wir Weil wir hatten die beiden gestachelt Nacheinander direkt Das heißt keine Trainingsmöglichkeit Aufarbeitungsmöglichkeit Und nach diesen beiden Turnieren Da hatten wir echt einen geilen Haufen an Informationen Die wir geil verarbeiten Und dann war so diese eineinhalb, zwei Wochen Keine Ahnung mehr Ich würde schätzen zwei Wochen Zeit Wo wir, ich weiß doch genau Ich war so Boah, wenn wir das alles durcharbeiten Wir werden sehr gut werden Dann haben wir das gemacht Und dann seitdem ist doch dann jetzt Dieser sozusagen unsere Winning Streak Ja Ja, genau Aber diese zwei Turniere war eigentlich In der Gruppenphase haben wir sehr dominiert Da waren wir, ich glaube 2-0 haben wir alles gewonnen Dann gab es die Gruppenphase Ja Ja, das hilft Ja und dann quasi das erste Play-Op-Spiel haben wir dann leider immer verloren Deswegen war es echt Ich weiß leider wirklich nicht Hast du einmal bestacht Cloud9 Cloud9 hatten wir verloren Ich gucke jetzt auch Nein Auf jeden Fall haben wir gegen Payne irgendein Spiel verloren Und gegen MIBA Das sind die drei Das sind diese Spiele gewesen Ja stimmt Das sind die drei Niederlagen, die uns Gegen Rube Ja, ja, ja In Robert haben wir gegen Aurora verloren Ja, Aurora Ja, dafür wurden die Das ist schon lange her Und in Thunderpick haben wir gegen Der Payne, ne? Oder das MRBA Ich glaube Cloud9 War er? Der Payne war ja bestimmt gut Achso, der Payne war dann noch ein Spieler Cloud9 Haben wir verloren Ja Haben wir noch nie gewonnen gegen Cloud9 Achso Cloud9 Ist doch Nee Dann kam dieser Bad Dacia closed Für Dubai Und die gegen MRBA gewonnen Hatten guten Run noch auf dem Turnier War ja immer so Gegen MRBA verloren Ja Hast du gewonnen? Ja Wir hatten verloren In MRBA haben wir verloren Und dann kamen Die haben es aber geschafft Genau, die haben es geschafft Und haben ein bisschen ins Halbfinale glaube ich geschafft Ja, sind wir auf Cloud9 besiegt auf dem Turnier und so auch Und dann kamen erste Online Finals Das wäre genau Das größere CCT Ja, das ist ein größeres Turnier Da haben wir gegen Wir hatten doch Das war doch dieses O Nation Dann Ja Ich guck jetzt einfach Ich mach es einfach auf Das war, ich glaube erstes Spiel war richtig sogar O Nation Ja Erstes Spiel war O Nation Erstes Spiel war O Nation Erstes Spiel war TSM TSM? Ja man Zweites Spiel war gegen O Nation Drittes Spiel war gegen Pree Sie haben wir verloren Hm Lower Bracket gegen Into The Breach gewonnen Und dann gegen Pain verloren Egal Keine Fragen Nächst Turnier CCT Online Finals 5 Das ist ein gutes Turnier glaube ich Ja und dann kam glaube ich diese Phase wo wir es nochmal Ja dann Dann kam der Aha Moment Ja genau Und durch diese Niederlagen lernt man halt immer mehr Und das haben wir gut verarbeitet und Ja Und jetzt hier ging es los Zero Tenacity 2-0 Das war das Auge-Spiel das eigentlich so Bisschen knapper war Aber es war voll knapp Ja Wieder zwei Anti-Ecos verloren oder so alter Zero Tenacity 2-0 Ich sag das war noch das schlechteste Spiel von der letzten Zeit Ja safe Zero Tenacity Spiel war so Ja Ja safe Aber Trotzdem man muss Die sind nicht so schlecht auf jeder eigenen Map Mit der Weile hat so jeder Tier Jedes Tier 3-4 Team unterscheidet sich nicht mehr von so Granaten oder so Von den anderen Teams Ne Und wenn die mal gut hitten oder so dann Das kann es mal ein bisschen gefährlich werden Das hat man bei G2 ja auch gesehen Die sind ja auch direkt flirten gegangen im Turnier alter Ja 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 Online Gaming ist nochmal ein bisschen eine andere Erfahrung Ja safe Wenn du nie online spielst wie G2 G2 spielt ja nie online Ja safe Und dann musst du mal gegen einen auch Wow so online spielen Das ist was ganz anderes Die spielen mit einer Confidenz dazu Die tausend Jahre schon auf der Stage wirklich Erfahrung haben ja Genau Zero Tenacity 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 Final Feier Ja Finale Best of Five Ja Stimmt Die waren auch gerade hoch Und was hatten die in den Overpass Hatten die einen 9er oder 10er Match Ja absolut Die hatten krass Die standen irgendwie 21-4 oder irgendwie so Ja aber die hatten auch so 16er Ja Oder 8er Overpass Winstreak oder so Oder irgendwie Ja So eine respektable Nummer Für so eine kurze Zeit In In CS2 Und dann ging es los alter Mit Aurora bashen 2-0 Aurora Dann hat Aurora Gegen Guild Eagles gewonnen Dann nochmal Aurora Dann haben wir nochmal Aurora Im Finale 2-0 gesiegt Das war ja Dann haben wir CCT Online Finals 5 gewonnen Und dann Dann kam ja dieser Und für die LAN qualifiziert Weil das hat er beim ersten Mal nicht geschafft gehabt Ja genau Da waren wir 1-2 Ja genau Ja dann kam noch dieser Ding Ja das ist was gestern war Das ist was gestern war Dieser Yala Kompass Ja Also mäßig auch Qualifier Für so ein Turnier United Arab Emirates Ja Und keine Ahnung wo Dubai Ich will jetzt nichts falsch sagen Deswegen sag ich einfach das Dubai, Riyadh Ne Riyadh, Saudi Arabien Aber Irgendwo dort halt Genau Abu Dhabi, Dubai Irgendwo da Wir sind selber noch nicht Ist auch schon cool Aber 400.000 Turnier Auch gut Und das CCT wird 500.000 oder 600.000 sein Ne Ja Also das sind schon fette LANs für nächstes Jahr Einfach zwei weitere LANs Sport Ja Sehr gut Wir haben ja sowieso noch Blast ESL Pro League und so Ist auf jeden Fall Ist auf jeden Fall nice Tolle Erfolge Dann haben wir auch wieder gegen Auroa gewonnen gestern Ja man Ja und dann noch Nein Ja Noch Nein Was sag ihr denn zum Nein Spiel so War ein geiles Spiel man Wir hatten Wir waren ein bisschen down War ein bisschen off Der hat uns ein bisschen offgekackt Aber wir haben uns gut zurückgekämpft Ja Mentality war gut Ja Du hast uns aufgehypt War spielerisch vielleicht nicht das Beste von uns Ja Aber Mentality war sehr gut und Dann sind wir einmal ins Rollen gekommen Und ich denke das war dann schwer aufzuhalten für die Ja man Weil man hat auch gemerkt Ja Der Karimbo hat uns auf jeden Fall gerett Ja Seht ihr seitdem hast du uns gecarried Das war richtig Das war eine geile Szene Alte mit dem Jusuf Ich bin Jumping für dich Ja das war geil Das war geil Das war geil Das war voll geil Ja man Gutes Seelenklatsch waren auch geil Alter Wir haben sehr viele Klatschs geholt Auch du Edi auch nice Ja das war ja Das war ja geil Das war ja geil Ja aber wenn man so 9-3 Also im T-Seite irgendwie turnen will Du sollst solche Runden gewinnen Die kannst du nicht clean runterspielen Manchmal wird's auch Ja und jetzt C2 Äh Für sich geil an Oder? Was sagt ihr so? Du musst dann für viel grinden So Auch diese Mechanics sind so Ja auch alle anders geworden Ja Dieses White Peaks Du kannst nicht mehr so übertrieben geil Jiggle peaken Ich hab das Gefühl Du wirst so mehr Wenn du auch gehst Du wirst mehr geslowt oder so Aber so Vor allem weil du halt auch Inter in der Wand stirbst einfach Ja Ich find auch Ist halt so Die Dynamik dass eine Smoke nicht direkten Rundenloss bedeutet Also wenn der Gegner dich gut absmogt Ja das helft so bei Ja so bei 20 Sekunden noch eine Smoke Ja und ein Overpass Monster so Genau und dann geht jetzt Jetzt kann man halt wenigstens Vor allem Lösungen haben Wenn du durch so Smoke rennst Alter ich hab das so oft Dass der Der ganze Körper gesmogt ist Wenn der raus rennt Alter Da kommt so ein Rauchmelding Ja der ist einfach komplett eingesmogt Ich Ich weiß nicht ob ich schlechte Settings hab oder so Aber Manchmal ist das so ein Smoke Ball einfach Ich seh nicht mal seinen Kopf Ja Aufhiel dich gut an Genau was du gesagt hast jetzt Man muss viel grinden Damit man die alten Habits auf jeden Fall entfernt Weil Ja Du sagst so Mini-Steps und Generell viel Aber du willst du sagen Ist schon ein bisschen raus brauche ich so Du hast schon vieles raus Aber wir haben auch viel gespielt jetzt auch Ja wir haben schon viel gespielt Aber Wie lange ist der jetzt weiter raus Ist das zwei Monate Oh Ich glaube so Ja höchstens Jetzt so zweieinhalb Monate Zweieinhalb Monate Ja Wir haben nur davor Oder so zwei Monate Aber wir haben davor noch gar nicht gespielt Die anderen Teams haben ja geprägt oder so Ja man hat auch gemerkt am Anfang Ja Die waren zwei Wochen vorne Das ist schon sehr viel am Anfang des Spiels Aber das Spiel hat sich viel verändert auch Ja so Von der Herangehensweise generell Wie man die Spiele einfach jetzt sieht Und was viel wichtiger geworden ist Ist jetzt einfach individuelle Spielstärke auch Also man kann viel mehr so rausholen Mit generellem Buddy einfach Man kann viel mehr wide peaken gegen ABP Ja Die haben es jetzt schon einig geworden Ja Das ist halt denke ich der größte Fall Aber ich denke auch dass Die ABP ist ein bisschen Ähm Die dürfen nicht schlafen Die äh Ich sag mal ähm Ähm Die Jetzt oben in CSGO waren Die dürfen nicht schlafen Die ABPs Die müssen dann auch immer auch Rifle spielen Mhm Ich denke umso schneller die das verstehen Umso besser werden sie sich einfinden Aber ich denke manche haben es noch nicht verstanden so Und fallen dann halt auch weg Zum Beispiel Cloud9 spielt ja fast ohne AWP Und die spielen eigentlich ganz gut grad Ach Vielleicht haben die hier und da einen schlechten Loss Aber ich denke das passiert noch in CS2 oft Ja das ist ja vor allem auch immer 13 ne Ist ja auch Ist ja auch neu Äh äh Elmer 12 Ist ja auch neu Aber bildet ihr besser oder schlechter Was würdest du sagen so jetzt Elmer 12 Ich finde es richtig geil irgendwie Ich finde es auch richtig gut Ich finde es geil aber Ich glaube es ist geiler wenn die noch 1.400 Loss-Burners wegmachen Ja Das wäre gut Aber sonst ist das eigentlich cool Die Spiele dauern meistens immer noch so lange Ja Aber es sieht sich nicht so über Ja genau das sind eigentlich so viele Ecos Ja Man macht eher eine Half-Buy Zum Beispiel Alubis Half-Buy Einfach wie eine Equip-Runde Ja Kann man immer gewinnen Fühlt sich viel besser als Lass mal eine Full-Eco machen oder Diedel bei Aber so generell ich mag CS2 Jede Runde ist entscheidend Und Ecos Auf Full-Ecos Richtig Werden oft gewonnen Werden oft gewonnen Auch von anderen Teams oft verloren Ja Also es ist auf jeden Fall Ähm Ein geiles Spiel Ich denke wir haben uns auch sehr sehr gut gemacht Ihr habt euch sehr gut gemacht Und ähm Was sagt ihr denn so Im Hinblick jetzt auf 20-24 Weil ich glaube das wird jetzt unser letztes Turnier gewesen sein Wenn die Leute das sehen glaube ich Mhm Vielleicht gibt es noch hier und da ein Unter dem Radar fliegendes Turnier Aber ich glaube im Moment nicht Brauch Äh Wie sieht denn jetzt so das Das restliche Jahr für euch aus Und das Anfang des nächsten Jahres Vielleicht ist das doch interessant Für die Ladies and Gentlemen Nein Wahrscheinlich ein bisschen nach Hause natürlich über die Feiertage Aber sonst halt einfach ein Game Brem, ne? Ja Bisschen face it game, Alter Das war wahrscheinlich bei dir nicht so viel anders Ne Nicht so viel anders Vor allem weil das Major ja so Diesmal so nah am nächsten Jahr dran ist Ja Muss man echt sehr viel grinden Und ich denke wenn wir Einfach da weitermachen wo wir aufhören werden Ich denke da werden wir auf jeden Fall sehr gute Chancen haben uns auf jeden Fall zu qualifizieren Und das ist ja das Ziel für uns alle wie du schon gesagt hast Anfang des Jahres nicht qualifiziert für das Major Fühlt sich schon nicht so gut an Ja das ist halt immer so auch wenn du nach Playoffs schaffst Ja genau richtig Ich fuck ein bisschen ab Genau Deswegen für mich dieses Jahr Klar Familie ein bisschen besuchen Hier und da Vielleicht ein bisschen Pause Ein bisschen chillen Vielleicht ein anderes Game Dota Oder so spielen wir ein bisschen Aber sonst CS2 wird weiterhin fett gegrindet Und Mindset wird beibehalten auf jeden Fall Und ich denke was wir auch dieses Jahr anders machen ist Weil es sieht ja jetzt so aus Es ist noch nicht safe Dass wir nicht die Open Qualifier spielen müssen Das Major was direkt am Am 4. Januar oder so Also du musst ja so vieles Januar Leute noch dick besoffen Ja du musst ja schon ready sein Du musst ja grinden Ja Es ist ja nicht so dass du direkt aus dem Urlaub kommst und noch ein Qualifier spielst Ja genau Das ist zu wenig für das wichtigste Turnier Open Qualifier Da musst du richtig on point sein Das heißt du hast eigentlich fast keine Pause Und das haben wir sozusagen ein bisschen gedodget Aber ich denke trotzdem dass wir dieses Jahr Es ist ja ein bisschen anders machen Als vielleicht die Zeit davor Dass wir nicht so lange Pause machen Mhm Bisschen vielleicht kürzer Vielleicht die Echt vor allem können wir jetzt sag ich mal auch früher mit der Pause anfangen Ja das ist ne Weil wir jetzt nicht noch Abu Dhabi haben zum Beispiel So weißt du Die haben ja noch jetzt Zieht sich jetzt noch die ganze Woche Ein bisschen mit in die nächste Woche Und dann können wir jetzt Pause machen Aber wir können ja Sag ich mal haben ja eine Woche Vorsprung mäßig Ja aber wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen spielen Wir wollen im Spiel bleiben Das ist der Plan Und dann einen guten Plan erarbeiten Dass wir direkt dort ansetzen wo wir jetzt waren Und ich glaube also wie ihr schon gesagt habt Das große Ziel ist das Major Natürlich hier und da die üblich Verdächtigen mitnehmen Wie Katowicz, Cologne Das ist natürlich dann Cologne ist nochmal so Das ist übernächstes Jahr gefühlt Ja wirklich Weil das erste Jahr für uns ist sozusagen dann Ja alles safe Das Major So und danach ist das nächste Jahr sozusagen ein CS-Kalender Oder so sehe ich das halt Und ich glaube Ja die Leute können auf jeden Fall gespannt sein Ich denke wir haben ein sehr gutes Team Ich denke ihr macht sehr gute Arbeit Dass wir auf jeden Fall sehr giftig sind im Moment Ich denke die Teams müssen noch aufpassen Hoffentlich fangen die nicht an was von uns zu kopieren Weil ich denke wir haben die besten Sachen Und ja wie gesagt Viele Teams machen sind upcoming Ich denke wir sind eins davon Spirit war eins davon Und wir sind auch so ein bisschen mit denen Haben ja immer gegen die gespielt In vielen besonders in CS2 so Abständen Und wir wussten wie gut die sind Jetzt haben die ein größeres Turnier gewonnen Wir machen uns besser Es sind auf jeden Fall so andere Teams gefährlicher geworden Na safe Die Leute dürfen nicht schlafen und wir werden es nicht tun Ja Hast du noch was zu sagen? Ich habe keine Worte mehr Sie? Ich bedanke mich für die nette Runde Schöner Rückblick auf Turbulente Monate wirklich Ja Und man dann zurückdenkt dass wir kurz noch in Brasilien waren Das ist für mich in meinem Kopf so als ob es Ja das war es schon sehr lange her Ja Na safe Ein paar Jahre her alter Genau Dann Leute dürfen nicht schlafen Ihr auch nicht Da draußen immer hustlen Und ja das war der Jahresrückblick Und ja Bob G Und Sir Sag mal so einen Namen so Storm 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 Haut rein Storm Und man Co Und sie werden sie ganz